Was ist für mich die Narkose? Also am Anfang hatte ich Angst. Ich habe ja Angstpatienten und von dem her war das Positive, dass sie gefragt wurde, ob ich Narkose bekommen möchte und so. Und es war wirklich so, ich bin eingeschlafen, ich bin aufgewacht, es war alles in Ordnung und ich hatte keine Schmerzen, nichts. Vente Prime ist für mich Qualität, Kompetenz und preisgünstig. Super!